Monscheinwald, Flieg und Sieg! Monscheinwald, Flieg und Sieg! Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen! Let's play suit auf meiner zweiten deutschen Übersetzung von den G-Trends! Weiter geht's hier im Monscheinwald, Flieg und Sieg! Mit dabei wieder Kill Bill und Mary! Und wir sind total anders geirrt! Und das heißt... Wir müssen richtig Prost Kill sein! Auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt... Wir müssen sehr strategisch denken! Also ich bleib hinten und ihr kämpft! Du bist Heiler! Es ist ein Hund! Ultra und... Guck mal, ich ziehe auch übel wenig ab! Ohne Scheiß, die haut da ganz schön drauf, ne? Hab ich doch gesagt! Weißt du, was das Problem ist? Wir haben bestimmt so ein Monschein... Wir sind bestimmt nachts jetzt gerade unterwegs... Ja, es ist ja die ganze Zeitnacht! Das ist ja das Problem an der Sache, ne? Das sind die Gegner mit Stärker, weißt? Das ist echt ein Problem, das weiß doch, ne? Das heißt, wir müssen alle auf eingehen! Oh ja, Scheiß! Machen wir das so? Oh ja! Kann man probieren, ja? Kann man probieren, ja? Gift, Gas, Action! Gift, Gas, Action! Lass mir Bonbons verteilen! Ja! Die Schokis für später aufheben noch! Ich nehme mir auch noch ein Bonbon! Kippe, magst du auch ein Bonbon? Ja! Bitteschön! Was auch, ne? Die guten 2! Ja! Und jetzt nehme ich mir auch noch eins! Aber ich nehme mir nur eins! Auch wenn da steht nur 2! Frau Mahmoudi, wo das ist! So! Ja, wir nehmen mal ein Bonbon! Und jetzt habe ich jetzt schon mal monitors gotten! die strategie passt so er auf einen die hat schon immer einmal im kreis laufen also so viele kleine hunde kann ich mich erinnern also warum hier noch nicht alle beinen und einer für alle müssten wir den voll viel abziehen mit unserem silberzeug das klingt so das liegt so beim hier alles treiben wir zurück mit unseren silber sachen hier ist anfang gewesen der gute gehen wir wieder zurück und so kein problem obwohl mit den hunden kommen bestimmt leppeln ja bestimmt die sind so hardcore ich gebe dir übelst viel hp die machen ein bis xp so könnten wir jetzt ja bitte mal wieder an auf eingehen scheiß die wandern bis zu anderen level definitiv aber ich bin ja für den ich gehe weit weg und raus bist du kisten in letzter zeit endlich mal ein schwacher gegner 30.000 mal angegriffen und kiel befällt dann ein jahr und ich muss mich erst mal verwendet ja das hat übelst lange dauert oder irgendwie schon du bist du bist schon wieder anders gilt ich habe ihn ja wunderschön gegeben du bist da echt so schwache das gibt es gar nicht die klappe du musst mir ein reichen das nützt ja nichts ja dann dann flutsche ich durch die gegner durch oder was da wirst du vielleicht aber da zeigst du mal wieder echte menschlichkeit gegner feinde los ich drücke an den schnopf das glaube ich das lege push the button na kebel was ist denn da los nach wie viel runden hier also guck mal du hast fünf bäume ist in der zeit gebräts hätte nicht von kappa 2 ja 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 jetzt zu gern ja 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 nix da wird nix gemacht hä musst du das ja warum es geht mit es geht bei dir aus und abgeben aufladerrunde ich krieg nichts mehr wir haben keine wissen auto auf bonbon aber vor wochen auto auf stock stock fisch und stock fisch ich bin ein stock fisch was eine neue leute auf die server er nannte sich impossible ja ich habe gemerkt dass ich habe gegner ich sehe also gleich alles seine bruder alles werde ich immer schön vermöbel so deine coolen sagen ordne oder jetzt muss ich was ganz anderes nehmen intelligence ja ein bisschen geist gucken das ist doch kein wunder dass du so komisch redest mit zwei intelligenz wie bei fallout ja so ein struss zur typ der dann bloß irgendwelche grundgeräusche macht mein problem ist eigentlich jetzt eher was war jetzt was intelligenz war für magie punkte oder war für für stärke magie ist doch egal intelligenz nach bessere sprache im internet nachgucken und dann den ganzen partner mehr die hatte schon mal getestet ich weiß ja du hattest schon mal getestet was was ist weiß ich selber nicht mehr so geil total egal also ich nehme jetzt indigenz sehr gut ausgleich ich mache auch immer bei ich jetzt sehr viel schlauer bin ich jetzt viel besser reden äh wieso geht es hier auch wenn man hier speichern kann ja 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 das wusstest natürlich monscheinwald spiel gespeichert wir treffen uns schon mal im monschein lesion aber dann unter eine mistel baum mein gott es ist luger dummköpfe zu glauben ihr könntet mich besiegen tut es nahe herrlich herrlich mein lieber luga erlaubt mir mich diesen körper anzunehmen niemals bitte kehrt zum schloss zurück besonders bitte zum schloss zurück und er geht weg vom schloss hä was ist das mit deutsch oh was für köstliche seelen sehe ich hier vor mir ein triff aus ein dunkles dunkles wir sind verwandelt das ist ja toll ich habe eine für meine meister ach so ich hebe eine für meine meister und seine zauber auf gut idee sehr gut über eine firma eine seele ja das ist irgendwie ich finde es nicht schön ich hebe eine seele für meinen meister und seine und seine zauber kraft auf aber ich finde das sollte noch überarbeitet werden dass die aber zweimal unter anderem sehle zu sagen so blöd ja ne ich hebe ich hebe ein opfer ich hebe ich hebe das zweite opfer für meinen meister auf gut seine also er ist sollte auf jeden fall noch mal umprogrammieren das fällt uns schon wie ein also das ist nicht schön gar nicht schön so die ja so und des biestkönigs ist zurückgekehrt du sagst das karl lebt du liegst die von karl gesprochen die zeit lang ja genau und du kibi bist ein dummkopf ist zu glauben aber eines seite gesagt karls seele war für einen wolf sehr delikat ich hoffe das war ein angenehmer hintergrundton anscheinend bekomme ich heute noch einen nachschlag den kriegst du nachher noch ein du wirst karl früher wiedersehen als du denkst stehen geblieben es ist sehr unhöflich jemanden während des essens zu stören warte überlass das mir ich sah kill b im wald und bin ihm hierher gefolgt ich werde ihn selbst erledigen wie 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 ihr wünscht sich beschrungen wie ein kleines bisschen mein gott der war doch schon ein bies mensch hat sich jetzt vom bies mensch zum bies mensch verwandelt luga kriegt in die fresse der höhere junke luga leben und und um den enden los und die fressen ausgewicht und ich muss hinterher laufen bei bei mary braucht ein kriegst du mir schocki mary ist anders einmal polo bitte in den öl ne kriegst du nicht in den aus dem sparen müssen sparen wir haben das geld müssen sparen mit dem öl nicht sparsam sein okay bill hallo ich denke du bist so stark hier weißt du ja du musst nur die popo öl nachschieben ich gehe jetzt erst mal ein bisschen beiseite da sterbt gleicher man ja voll die fresse ich sterben wollen die sterben wollen oh hallo wir kämpfen gegen großmeister luga also hier vergessen was mit schocki ja wir haben zu viel geld aber ich bin jetzt wieder zurück ins dorf wir haben noch pk5 mw noch nie 0 dass du gerade vor dem stopp das gibt es gedetet der lüse lebt moderne brenner verkauft so dass wir auch immer rausgeflogen ist weil ich bin noch da ich bin ich bin mal das muss übrig hier nix da ja der wollte doch nicht alleine sein zahn ich habe nur noch eine was noch ein übrig geblieben lassen ich kann auch ich kann auch ich bin noch voll fit du kannst überhaupt nichts du bist hier wie schau dir voll die fresse gerade dieses warm voll mit die schuppe in die fresse immer nein und wann ist er nicht mehr tot und ich krieg hier überhaupt nicht ich weiß nicht wer ist platzt wartet nur ja wartet nur ihr werdet blaues wunder ich bin der joker ja joker face joker face luga kirby erbe des throns ausgebildet vom biestkönig persönlich worte können meinen neid nicht ausdrücken luga ich hätte alles gegeben jeden zu getötet was ich hätte alles gegeben jeden getötet um zu bekommen was dir von geburt an zustand ich muss ein soldat ohne einen tropfen königlichen blutes es war ein unerreichbarer traum aber du weißt das alles nicht zu schätzen b halt ein pazifistischer unsinn du hast kaum noch trainiert ich konnte das nicht zulassen ich trainierte so hart wie ich nur konnte um dich eines tages besiegen zu können und das das ist das resultat luga du bist stark genug genug um tropf um thronvölker zu sein kirby eines tages vielleicht bis dahin trainiere weiter werde niemals schwach luga oh mein gott what the fuck nix noch ich glaube ich sind geister so lunatic 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 du bist die patronin des mondes richtig schon wieder ein freuliches frau-frauliches mann so oh aber natürlich ich habe euch erwartet ich habe euch erwartet ich habe euch erwartet nein das ist eine gute ja dann schließe ich an ja cool endlich wird ja Zeit ne lunatic bitte hilf luga bitte hilf luga gut ich versuche es ich versuche es da war ein Schick Winsel 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 Um ihn zu retten, musste ich ihn als Kind wiederbeleben Da ist Luca Da Richtig Eines Tages wird er vielleicht den Thron des Biestkönigs erben Sowas von In Ordnung, Luca Ich warte auf den Tag Guck, der kann richtig sprechen jetzt Mit Intelligenz Ja, genau Ich krabbel weg Wie wird es ihm ergehen? Ein Baby allein im Wald Tiere nehmen ihn auf Und ziehen ihn groß Keine Sorge, normal für Biestmänner Wow, das ist Einzigartig Wow, Pink Du kannst Kinder, du kannst reden Nun, Herr Zick, wo ist der Moana-Stall? Der ist weg Er ist im ersten Stock des Turms der Monddeuter Soldaten aus Athena versuchten ihn zu stehlen Aber Luca und sein Gefolge verteidigten ihn Dann ist er in Sicherheit Außer Todesnah ist auch hinterhin her Los, schnell hin Tja Leute Das sehen wir dann im nächsten Part wieder Wenn es wieder heißt Wenn wir uns gelevelt haben Wenn es wieder heiß Dann geht es weiter Und dann geht es wieder Ich kenne ihn Check er Und Hey, hey Also, mit Schuhen Bis dahin und Tschau 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 Yo